Ein Krankentransport auf dem Luftweg ist in vielen Fällen die sicherste Möglichkeit für eine schnelle Patientenverlegung. Ein Ambulanzflug kann genau auf die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden und ermöglicht so einen patientenschonenden Transport. Für Ihren Ambulanzflug sind lediglich drei Schritte nötig. Zu Beginn schildern Sie uns Ihr Anliegen. Daraufhin wählen wir das geeignete Transportmittel aus und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot. Nach Annahme des Angebots beginnen wir umgehend mit den weiteren Vorbereitungen. Neben der Bereitstellung des Transportmittels kümmern wir uns gerne auch um die Bodenambulanzen sowie die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen. Am Abflugtag werden Sie sicher zum Flughafen transportiert. Während des Flugs begleitet Sie ein professionelles medizinisches Team, welches Sie bestmöglich betreut. Anschließend bringt Sie die von uns organisierte Bodenambulanz schnell und sicher zum Zielort. Bei uns profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung in der Organisation von Krankentransporten. Sie können sich auf einen Krankentransport nach höchsten medizinischen Standards verlassen. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar und erklären Ihnen gerne die verschiedenen Optionen, um die für Sie bestmögliche Lösung zu finden. Rufen Sie uns jederzeit an. Wir helfen Ihnen kurzfristig, unbürokratisch und zuverlässig.